Ernährung ist halt A und O, weil guck mal, du kannst wirklich krass trainieren, richtig krass. Wenn du Schrott isst, wird sich das nicht ändern. Ernährung ist sogar 80, 85 Prozent. Okay, aber dann werden wir oben rum wenigstens bullig. Ja, ihr werdet bullig, aber ihr könnt, guck mal, wenn ich sage, ich könnte... Wenn du eine geile Brust hast, dann fällt der Bauch auch nicht. Ja, genau, das stimmt. Genau, aber guck mal, ich sage ja nicht, stellt eure Ernährung um, damit wir alle so aussehen wie Stallone in den 80ern. Das ist anstrengend, weil dann können wir nur so Ei und Thunfisch am Tag essen. Das macht ja keinen Spaß, keine Lebensqualität. Respekt, ne? Ja, genau, selbst er sagt ja in seinem Buch und in den Interviews, die unglücklichste Phase in seinem Leben. Guck mal, sein Sohn ist gestoppt. Das war seine Ehe. Ja, genau. War, als er Rocky IV gedreht hat, wenn Cut war und in den Drehpausen, ist er teilweise ohnmächtig geworden, weil er hat nur so Eigelb morgens getrunken. War Rocky IV überhaupt gut? Ja, brutal mit Ivan Drago. Ah, okay, ja, dann hat sich schon... Ja, und Saga, ich rede ja nicht davon, dass ihr so auf 4 Prozent Körperfett, so was voll ungesund ist und dann so ganz drahtig aus... Sondern normal, dass man cool aussieht.